So, Absurber. Na komm, jetzt ein paar KP. Nice. Wir haben gesiegt. Der Renoron ist unser. Endlich. Super gerne. Wie ging das hier? Max defeated. Cheer Champion Junior. He lost already. He's got 340 for winning. Erste Rohn schafft. Das war ja ... Puh, es gibt 18 Ohren, also noch 17. Das waren wir sowieso in diesem Netz-Panisch-Hoff-Nummer. Holla, die weit fiel. Das war der allererste Ohren. Die sind ... Also wer mal gemeckert hat bei Pokémon, die Spiele sind zu leicht, die Spiele sind zu leicht, wir brauchen Schwierigkeitsstufe, wir brauchen schwerere Spiele. Ihr habt das. Whatever. I'm gonna do take a power nap. Hm? Alright. Fine. Take your watch. I'm my co-lead badge. I've received the word badge. Badge. The Sink-Margina badge makes stuff happen. And it also allows you to lose the sink. I need coffee. The Sink-Margina badge. I allows you to ... It allows you to use the ... The Mx-Cuts outside of battle. Also on ... Also ... Also ... Also ... Take this ... Consider it ... Thanks ... For your help. You're here. Chargespeak. Interesting. Interessant. Interessant. Bereits. Da geht's schlafen. Und wir haben den ersten Arena Letta besiegt. Und da haben wir schon ... Irgendwas, der wahrscheinlich gegen uns kämpfen werden. Wir sind ... Wir sind kaputt. Chargespeak. 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 Hier, das war sehr mächtig. Bitte lernen das. Das war nicht schlecht. Ich kann das Charme viel verlieren. Sehr schön. Wir müssen erstmal abspeichern hier. Alles klar. Alles klar. Na dann ... Würde ich auch mal sagen, Willkommen zurück zum nächsten Part. Zum neuen Part. Hier steht jemand uns im Weg. Max ... You just win your first badge. Congratulations. It only gets harder from here. I was thinking about challenging Julia myself as well. But then I heard something awful. Apparently something is happening in the obsidian world. Something about plants growing out of control. Attacking people, locking down the park. I was just heading over there. To see if there is anything I can go to help. It's east from the grand home. If you want to care, come to. For now, take care. Aha. So, what I have already said. But not spoken. So, here is the next story. We will be able to see it again. ...dringend vor der Arena gewesen wäre dann irgendwie ein paar Schritte weiter weg. Irgendwie so ist es ja bei Pokémon und irgendwie muss das Spiel uns da sagen, da geht's weiter. Das muss uns da dann die Story weiter voranbringen. So hier ins Pokémon Center wollte ich mal rein. Nach dem erfolgreichen Trainerkampf dringend nötig. Na dann. Opa Lord. Der Opel Lord. Da werden Autos verkauft. So schaut's aus. So, na dann werden wir mal östlich vom Opel Lord. Das müsste hier sein. Ey, was für ein Trainer? Genau. The Beat Gym Leader. Aren't you fancy? Ich dachte, die haben wir schon besieden. Na was alles. Dann machen wir's halt nochmal. Modi. Kapuze. Oder. Drachen Ragers. Drachen Ragers. Das habe ich im letzten Part glaube ich schon mal gesagt. Aber ich finde es großartig, dass... die Commander Glotexo Glowag Reihe endlich Drachen attacken kann. Das war... nichts überflüssig. Und eine Schande, dass das in den Hauptspielen nicht so ist. Ähm, ich würde mal tauschen. Und dann... Level 14 nach vorne. Damit wir hier mal ein bisschen wieder trainieren. Dann haben wir Level 15. Die Schwachen nach vorne. Starten nach hinten. Machen wir das so. Was nicht mehrmals kämpfen? Ich glaube, ich habe nur... äh... ...lost powers. Was die Types do hier? Oh, du... ... caught... ... caught up already. Well, I was going to go ahead. But this guy won't let me in. Man. I am. I am under strict orders. Not to... ...let civilians... ...into this area. Even... ...well... ...intentioned ones. Road to her. And all that. Then... ...how do you expect... ...anything to get done about it? By your own admission... ...there are people trapped in their struggling... ...and you are keeping the ones... ...who want to have locked out. The desire to... ...better... ...given... ...circumstances... ...remain... ...enturly. Okay, er will uns nicht durchlassen... ...und... ...die Victoria versteht es nicht. Warum wir... ...warum... ...da hilft mündig, wird aber er die... ...helfen und wird nicht durchlassen will. The desire to... ...witter... ...so... ...okay... ...uncoordinated... ...with... ...the ability to... ...do so. The funding... ...where we produce... ...and any situation... ...contribute to... ...unpredictably... ...and... ...detraced control. The principle... ...holds... ...doubly... ...doubly... ...for... ...the... ...situation... ...with... ...obsidia... ...within... ...obsidia... ...where... ...no... ...far too... ...many unknowns... ...yet exist... ...to... ...even... ...begin... ...to have... ...just... ...a rudimentary... ...understanding... ...of... ...scenario... ...boy... ...am... ...glad... ...to see you... ...Mr. Florina... ...do... ...do... ...think... ...you... ...could... ...do... ...something... ...about... ...this... ...to... ...often... ...in... In the other case, however, no evidence has been provided to suggest that the benefit from allowing access to an additional party outweights the associated risk. The risk itself is indisputable and demonstrated appearance. Okay, say nothing of unfocused factors. Yeah, 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 this is an abut fear. Also accepted, full credit. In the authority of the speaker, the tool will be permitted passage to Obsidian Vault. Objections? No, ma'am. Go ahead ahead. Good luck in there. Oh, that's worked. The speaker will review on the details of the situation, but matter is best explained through observation. I will go to the next level. I will go to the next level. I hope I can still go through the next level. It is open for me. So. einmal durch hier sieht man ja mal hier kleines kindchen ins kehrt was selbst du hier warum bist du hier nicht ein bisschen risikoreich ok war aber an der schleim riesiger ist und per bridge 8 street main street ok ist ein kopfladen oder was willkommen warum ist hier noch alles in betrieb ich glaube hier gab es probleme und so es herrscht chaos hello i can judge the happiness of pokemon may i see how your partners are doing uh dann sag mal modi it seems like it's just starting to get comfortable if you definitely keep working with kids ah ja hello can i interest you in central obsidian salutes per standard professional grooming procedure we can groom your pokemon once a day for 1500 dollar does that sound or does that sound great you don't have the money verdammt tip in the arm fans these days don't seem to put the proper care into raising the pokemon you are no different are you if you have a pokemon that's truly happy with you i'd like to see it i won't believe a thing until then hmm you call this happy if that's really how you think you are lucky if that's really how you think you are lucky you put it up the floor ehm vielleicht demar ein bisschen mehr gekämpft nein die kommen später wieder der pukbeier auf dem haus ok das pukbeier haus der pukbeier ist mitzubertty dem haus der pukbeier der pukbeier des an assassского 's ans Laugh-Bone, Nest-Bone, Dive-Bone, Timer-Bone, Fan-Bone, Timer-Bette sind ziemlich gut, so können wir uns das nicht leisten, Heavy-Bokemon, High-Speed, ok, Schade, das würde uns kein Thermo dabei leisten können, Aha, ein bisschen Gender, ok, ich glaube in generellen Spielen war das ein Punkt, was du schon hast, was absolut keinen Sinn macht, ich kaufe mir einen Liebesball, Haben wir überhaupt noch Bälle im Inventar? Ich glaube nicht, wir hätten auch kein Geld ohne zu kaufen, Ah, er hat zwei Bookbälle und einen Liebesball, So, hier ist der Trainer, ja natürlich, Er verlassen meinen Job an der Jury, Dank an den Jury-Jurken an der Devon Corp., Zeit, um meine Frustration an dich zu nehmen. Also, es ist sinnvoll, seine Wut an anderen Leuten auszulassen und denen nichts dafür bleibt. Aber es wird nicht gelingen, weil... Guck mal, gegen dich schon... Moment, guck mal, dass sie ihre Wut an deinen Puppen aus, oder auch nicht. Ich würde sagen, ja, Toxic ist das Projekt. Warum nicht? Ach du Scheiße! Was zum Hangjong? So viel zum Thema Training. Äh... Was Level 13 gucken muss, finde ich... Was? Das ist ziemlich extrem. Wir haben gerade eine Arena besiegt und jetzt... Äh... Äh... Scheitern wir ja mit Gugger de Maru. Das zur Hölle ist hier los. Na, geht doch. Level 20 für Modi. Ich muss schnell in den Pokemon Center ganz schnell. In die große Halle. Wir haben hier auch einen Pokemon Center drin. Wir haben ein Pokemon Center. untergrund redet mit was sehr schade ein haus mit klar richtungen bergberg oh my dad is so frustrating they got me a pokemon for my birthday which was totally cool and all but a special special for the game asked him for something cute this table cloth looking thing is not cute it's infiltrating and it keeps making a drain inside i was hoping for i don't know a bono or no even better for it who are adorable they hey i know i don't know you and that's you are just standing there like a weirdo i'm listening to my hands but if you have a fluid wants you to trade selbst wenn die eins hätte nicht gehörer er hat sich beschwert über die das pokémon die hat sich ein pokémon gewünscht von ihrem vater der vater hat die eins besorgt und sie beschwert sich über das pokémon dass das nichts ließ genug was als morz gehörer als mohl i get for my daughter a fascinating morphing pokémon for her birthday i don't understand how she could not like it kack tricks gehörer sehr dankbar für das stück der vater hat sich die ganzen mühe gemacht hier Wenn er eine Puppe geschenkt hätte, hätte er sich nicht beschweren können, hätte er sich auch nicht beschweren können. Aber das ist da, wenn sie selbst sagt, ich wollte ein Pokémon, aber ich habe eine Puppe bekommen. Das gab es, glaube ich, schon mal einen früheren Abend in der Hauptgeneration. Ist echt extra losgezogen, hat sich ein Pokéball gerührt und ist zu krass und hat sich ein Pokémon gefangen zum Geburtstag. Die Drecksgüro ist zu unendankbar, ja. Mal wenigstens Danke zu sagen. Geschenk der Gaul und so weiter. Dies weinst so erneut. Go away already, I have to getown. Aha, wir schleichen uns hier durch. Wir schlängeln uns durch die ersten. Ich habe ihn leid hier, Pokémon Center. There is no defeating these plants. They will rip through buildings, if they have to. The plants destroyed my house. What am I gonna do? I am very sick. Excuse me. You haven't seen a while about the high one right now and anywhere near you. My poor son was separated from me and I don't know what I would do. Lol. Sacred of plants. Oops. Okay. I have witnessed the signs. The stars origin. End of days. Level of growth. The plants displaced. Is unprotected. Is unprotected. Trees that busts, burst white through the street. How is this happening? Let's see. I can't go outside. My boyfriend. My boyfriend. He has. He was walking. And plants burst. For sure. In the street. They fell down underneath the city. It's too much. Okay. He had his boyfriend lost. He has lost his friend. He has lost his friend. He has lost his friend. Hello. I am the daycare man. You should leave your Pokemon with my wife. Wait aren't you. Sorry. It's him. So he needs to close. Have a good day. Uh. Hello. I am the daycare lady. You can raise your Pokemon. Just leave your Pokemon in our care. And it will become stronger. Than you could have ever imagined. Oh. You are. Never mind. Oh. Yes. We are actually closed. Sorry about that. The event was. I am from research and development. If you have any concerns. Luria and the root customer. Be free to let me know. And I will do my best to help you. Hey there. Need to buy something. Okay. They make me stand out here. And somehow. Why don't you take the sample on your nose. Hallo und willkommen zu der Reborn-Branche der Diffon-Requation. Diffon is supposed to bring new-quality-Products all the way from our headquarters in der Ruhr-In-Vilion. Its prices you wouldn't believe. Look forward to our amazing product line, soon to debate. Ah, yeah. Diffon here. Oh, this is secret plans to all this. Strike just opened up out of nowhere when shit went down. Just step away from the park. Hm. Tja, we can put it in. Sweet, Sweet one's one-stop candy shop. Aha. A Regenbump candy shop. Was haben wir mit Kandy? Bier? Ja. Hello, would you like to play Sweet Kiss, Exclusive Promotion Challenge for a can chance, it's a fantastic prize. Excellent. All you have to do is arrange the tires to form the proper picture. Rotate the tires using the ready item key. Oh, oh, that's a good thing. Oh, 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 I got the puzzle. 6 1,5 Stunden später. Hmm. Hmm, I can puzzles not, I got the puzzle. Nein. Geh deine Zeit, diese Promotion wird nicht endet irgendwann. Das war eigentlich so schnell. Ich habe schon etwas Eis-Kreis von dieser Rending-Maschine, aber ich habe keine Geld. Ich habe schon eine Rehung von den Bogen hier. Ich kann mich in die Hand fangen und sehen. Ich habe einen von den Dubs. Und Dubs. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Warum kann ich nicht alle diese Kandys? Ich habe schon Zuckerschöbel-Shock. Hallo, willkommen in der Kisk-Kandyshop. Und das. 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 Super Schock. Deswegen bewege ich mich zu schnell. Wer turnt jemand auf dem All-100 Super Schock, turnt jemand oben drauf. No I Want, geht's Domo. Wir haben Ripped Dream. Ich kann nichts leisten. Pfeffer, Mint, Schuhe, German, Popbox. Endlich verblüfft. Okay. Dann besiegt die Rückmeldung. Okay, wir können nichts leisten. Und vielleicht was verkaufen. Ich hab nichts. Ah ja. Okay. Everyone, please remain calm. We have the situation under control. In a manner of speaking. Just step away from the pump. Ach du Scheiße. You probably don't turn down this way. So, dann würde ich mal vorschlagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Bis morgen. Ja, ich würde sagen, wir sind langsam an der Zeit. Äh, ich weiß nicht. Wir wissen nicht auf die Uhr geöffnet. Bis morgen, denke ich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.